Ein gutes Gefühl, das Gefühl von ausmisten und hinter sich lassen und gut durchstarten. Hoch! Hoch! Entschuldigung, Entschuldigung! Wo ist das? Wo ist das? Das da! Das ist ja schön! Ja, toll! Also, man kommt rein, man kann einräumen, man kann loslegen. Alles frisch, alles neu. Ich lebe noch! Wie viele Kisten habt ihr denn heute transportiert? Gefühlt ja 100. Weiß ich nicht. Es waren 235. Wir sind sehr zufrieden, wir hätten das alleine nicht geschafft. Ich bin jetzt verschwitzt, aber... Ich auch! Dreckig, guck mal! Ich auch!